Heute spielen wir mal was anderes bei Slamide Arena mit Hades Gutsch 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 Ich denk doch nicht Ich geh schon mal in die Mitte Der Silence wird erstmal geskillt Ich habe keine Ahnung was er jetzt gemacht hat, aber... Ich muss mal in die Base Hey, der Blitzschwein von der So, dann gucken wir mal Hab den lange nicht mehr gespielt, den Champ So, wo sind meine Boots? Wo sind meine Boots? Wann hol ich erstmal das? Ah, da oben waren die Nicht Josef Ja, immer erst der Silence hoch Das ist halt wichtig Wie Ulti ist so schlecht? So, wo sind meine Boots? Hmhm... 30 Sekunden Ulti Hmhm... 30 Sekunden Ulti Der Bakkezura wollte mich gerade essen schnackt Irgendwie kriegen die doch nicht gebacken bei mir Ulti Level 2 So Erstmal das auch kaufen hier Dann können wir einmal Boots kaufen Dann sind wir nicht ganz so lahmarschig Ha das ist wie Kasadin Nur dass er unter was er geht So wie der Akki spielt das ist zum Beispiel richtig Der bei uns im Team Jetzt kommt diese Useless-Ulti wieder Na ja mit Hades ist es halt Weiß ich nicht Gott Rang 2 Das ist eigentlich mein Main Champion bei Smite Und dann klappt das eigentlich wenn ich mit dem Spieler Oh mein Auto ist so Mein Auto hat ihn einfach angebläht So useless die Ulti auf mich zu machen Einfach nur useless Na ich habe jetzt meine Ulti gleich wieder Versuche natürlich wieder alle zu kriegen Okay Okay Nicht gleich Wir sehen mich alle fokussen Und es ist trotzdem nichts passiert Was wir jetzt nochmal machen könnten ist Zum Beispiel Physical Protection und Magic Power Zu kaufen Weil da sind Ziemlich viele AD Oder es sind alle AD außer Vulkan Und dann passt das halt ganz gut Er kann ja gegen nichts CC'd werden Na Bagger Zero Bagger Zero Aber dreimal V und er ist Ultimate is ready Ultimate is ready Ultimate is ready Triple kill Ich glaube ich habe triple kill gemacht Ich weiß gar nicht Fünf, sechs, sieben Ne Double kill Ich gehe da einfach mit Q raus Das ist relativ egal Ja, ich bin gut gefedert Jetzt auch Aber wenn ich nicht back gehe Kann ich nicht einkaufen So und was ich jetzt noch kaufe Ist am besten Magic Penetration Dafür kaufe ich dieses Orb Ding da Das war jetzt der stärksten Items überhaupt Finde ich so Für Magic Penetration Ultimate is ready Ultimate is ready Whoa Ha 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 Was sind Glück ich gehabt da, Alter Jesus, Alter, das war Glück. Aber ich musste ja den Einbeschützten, deswegen habe ich meine Ulti geused. Die Ulti von Hades ist so nice, wie einfach alle angezogen werden. GG, Alter, gewonnen. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.